Herzlich Willkommen zu einem neuen Segelradio mit Hinnak Weiler. In dieser Episode kann ich mich entspannt ein bisschen zurücklehnen, denn ich hatte das außerordentliche Glück, auf der letzten Hanseboot in Hamburg Birgit Carstensen und Richard Jeske zu treffen. Die beiden sind Buchautoren und haben das Buch Moderne Crewführung auf Sportboden geschrieben. Und für dieses Buchprojekt hatten sie vereinbart, sich mit den Damen von der Tutima zu treffen. Das ist Deutschlands wahrscheinlich bekannteste reine Frauensegelcrew, erfolgreich auf diversen Regatten. Und die wollten sie ein bisschen dazu interviewen, wie sich eigentlich so eine Regattacrew an Bord aufstellt, wie man untereinander kommuniziert, wie das da eigentlich so abgeht. Und zu unserer aller Überraschung kommt die ganz gut klar, ohne sich gegenseitig anzubrüllen und ohne eine allzu starre Bord-Hierarchie aufzubauen. Wieso genau, das erfahren wir gleich im Laufe des Gesprächs. Und angefangen hat das Ganze schon vor etlichen Jahren, wie sich die Skipperin Kirsten Harmsdorf heute erinnert. Wie gesagt, das ist schon recht lang zurück, Anfang der 90er Jahre. Das war ein Vereinsboot von mir im Segelclub und das Boot wurde gerade frei. Und dann dachte ich, ach Mensch, so mit ein paar Mädels wieder auch mal ganz lustig. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Pirat gesegelt mit einer Freundin und hatte schon so ein anderes Mädelsteam gesehen in der Jot. Und das fand ich irgendwie ganz ansprechend. Einfach nur so. Also fand ich einfach nur witzig. Und dann habe ich mit meiner damaligen Furschutterin überlegt, wen kann man jetzt alles mal fragen. Ich hatte bis dato eigentlich gar nichts mit Regatta zu tun. Es hat wirklich in dem Jahr angefangen mit Regattasegeln. Ich bin halt als Fahrtenseglerin groß geworden mit meinen Eltern, jedes Wochenende, jedes Sommerferien. Hatte aber ein Opti, aber wollte nicht zur Opti-Gruppe. Also habe ich immer so für mich alleine rumgeschippert. Ja, so. Also ich war dann Spätzünder, was das anging. Aber dann ging es auch gleich in die Vollen. Also wirklich, wir waren eigentlich eine ganz kunterbunte Crew mit eher wenig Regatta-Erfahrung. Also wir haben eigentlich bei Null angefangen. Aber Mädels. Waren sechs Mädels. Alle sechs Mädels. So, und das hat so zwei, drei Jahre gefunden, bis wir dann die perfekte Crew gefunden haben. Das gab es teilweise auch durch Studiengänge, die irgendwie stattgewechselt haben und so weiter. Und dann haben wir uns irgendwann gefunden und diese Truppe hat sich dann irgendwie so, ja, gesucht und gefunden, dass wir echt über zwölf Jahre am Ende dann, oder naja, wie zusammen in der Konstellation mit acht Jahre lang haben wir J24 gesegelt und waren eigentlich unzertrennlich. Und dann irgendwann unser Vereinspräse an und meinte, du, ich habe jetzt mal ein größeres Schiff. Was hältst du davon, wenn du mit deinen Mädels einfach mal in die Dickschiff-Szene eintauchst? Wenn du sagst, ihr habt euch gesucht und gefunden, kannst du das irgendwie genauer beschreiben, was daran so gut gepasst hat? Also es war von den Charakteren auch alles dabei. Also von der Stillerin in sich gekehrten, die aber sich nicht unterbuttern ließ, aber trotzdem, also der Teamgedanke war bei allen zum einen also extrem stark ausgeprägt. Also es hat sich keiner in den Vordergrund gespielt und wir haben alle am gleichen Strang gezogen. Und in erster Linie, weil es ja unser Hobby ist, wollten wir alle Spaß haben in aller erster Linie. Also Ehrgeiz war natürlich auch wichtig, aber ja, wir haben das Ganze entspannt angegangen und haben aber dann schnell gemerkt, dass wir eigentlich ganz gut vorankommen und wurden dann natürlich dann auch immer ehrgeiziger. Aber das hat trotzdem jetzt dem Spaß keinen Abbruch getan. Und wir konnten uns einfach blind aufeinander verlassen. Jeder hat für sich ihre Position gefunden oder ihre Bereiche, was die für das Team gemacht hat. Und ja, es gab eigentlich überhaupt gar keine Querelen oder Sonstiges. Alles lief so Hand in Hand. Also es sind einfach so Charaktere gewesen, die einfach, ja, also so unterschiedlich sie irgendwo waren, einfach perfekt zusammen passen. Also mehr so ein Geschenk des Himmels als selbst zusammengesucht und gesteuert. Ja, also das war auch alles so zufällig, dass wir kannten uns vorher eben alle gar nicht. Also es war wirklich so ein Zufall. Also dann kannte die wiederum den und dann diejenige und dann, ja, also so bildete sich das Team. Ich sagte, da war mal eine dabei, passte nicht, dann musst du dann nochmal eben neu weitersuchen. Und dann kannten die, die ins Team gekommen sind, wieder irgendwelche und ja, so haben wir uns irgendwie gefunden. War dann alles im einen nachher dann doch witzigerweise vom gleichen Siegelclub überwiegend. Ach. Die teilweise auch da schon in den Optikgruppen waren, aber wir hatten eben so einen Altersunterschied. Deswegen kannten wir uns von früher eben halt nicht. Also die haben dann Optikgruppen gemacht, aber war dann jünger als ich. Und ja, aber so hat man sich dann durch Empfehlungen von anderen irgendwie dann kennengelernt. Und ja. Was war mit denen, die nicht passen? Ja, also entweder konnten sie halt einfach nicht segeln oder haben es eben nicht hingekriegt auf Dauer. Oder haben das Team halt gestört. Also in dem Ganzen, also es reichte manchmal eine Person, ob du nur 15 oder 6 bist. Also eine Person reicht eigentlich immer, um alles in Unruhe zu bringen. Und das waren dann halt irgendwelche Selbstdarstellerinnen oder die eben gar nichts gemacht haben. Oder ja, einfach vom Typ nicht passten. Also wo man einfach, es gibt ja manchmal so Menschen, mit denen wird man einfach nicht warm. Okay, und dann habt ihr euch von denen getrennt. Ja, dann muss man halt das machen. Also Symbole des Teams ist es dann halt so. Es ist immer schwer. Es ist irgendwie ein Job, den ich an meiner Position hasse. Manchmal ergibt sich das auch von alleine, weil die es dann doch auch selber merken. Da bin ich immer ganz froh. Aber das musst du dann einfach machen, wenn du halt merkst, dass die Grundstimmung im Team sich irgendwann so zu negativen kippt und alle nur noch ein Thema haben und sich nur noch aufregen. Und dann musst du halt einfach mal die Reißlein ziehen, weil sonst kommst du nicht. Für mich hört sich das ein bisschen widersprüchlich an. Also ich war ein bisschen überrascht, als ich das so als Nebensatz gehört habe, weil du gesagt hast, ihr habt euch gesucht und gefunden. Da habe ich erst mal so verstanden, plötzlich waren da sechs Mädels und die... Nee, nicht von Anfang an. Also es kam langsam. Ah, okay. Genau, also die ersten drei Jahre, meinte er, dauerte das so ein bisschen, bis wir dann die Konstellation am Ende hatten. Und die Truppe hat sich dann gesucht und gefunden. Und die ist dann ganz konstant über viele Jahre eben zusammengeblieben. Und das Team mit den sechs Mädels sind wir dann eben in die Dickschiffszene eingetraucht. Und das war 2006. Und da hatten wir eben vom Reißle Club das Angebot bekommen, auf einem 41-Fuß-Schiff zu segeln. Das war aber noch nicht die Tutima. Nee, das war noch nicht die Tutima. Und ja, war für uns alle auch extremes Neuland, weil im Offshore-Bereich kannten wir uns eigentlich eher wenig aus. Also klar, bei den Eltern früher wird gesiegelt, aber so auf eigene Faust und schon gar nicht im Regatta-Zirkus. Und ja, die Herausforderungen haben wir dann angenommen. Aber natürlich brauchten wir noch ein paar mehr Mädels. Nur mit sechs war ein bisschen wenig. So, dass wir dann auf zwölf aufgestockt haben für Up-and-Down-Segel. Haben wir es dann rausklamüstert, dass das die ideale Zahl ist. Und dann ging das wieder, wie es damals war. Jeder kannte noch jeden. Und wir hatten ja natürlich in der J-Zeit auch Mädels, die dann als Ersatz immer mal eingesprungen sind, weil er nicht konnte. Also wir kannten dadurch ja dann schon immer mehr Mädels. Aber ja, dann haben wir dann auch schnell wieder ein festes Team zusammengekriegt. Ja, und dann kam Tuti mal um die Ecke 2009 und hat uns angesprochen, ob wir Lust hätten, das Schiff zu segeln. Und schwupps, da waren wir. Und dann brauchten wir noch mehr. Ja, und dann... Wie viel seid ihr jetzt? Also bei Up-and-Downs, also bei den In-Shower-Races sind wir 14. Und die sind dann tatsächlich auch mit einem Mal alle an Bord, oder wie? Ja, jeder hat einen Job. Und wie oft trainiert ihr so? Also am Anfang der Saison, wenn es irgendwie geht, geht das Wochenende. Also wir fangen immer so Anfang April an. Und dann ist immer so ein vom Deutschen Sieglerverband organisiertes Training vor Kiel. Das findet immer kurz vor der ersten Regatta statt. Und das machen wir immer mit, weil das natürlich schöner ist, mit mehreren Booten mal Starttrainings zu machen. Und so Kurzwettfahrten zu machen. Und dann ruft man sich schon mal so ein bisschen auf Regatta ein. Aber wie gesagt, im April sind wir eigentlich fast ab Anfang des Monats auf dem Wasser. An den Wochenenden immer Samstag, Sonntag. Wenn es geht, nehmen wir uns einen Trainer mit. Also wir haben einen sehr großen Pool an Gott sei Dank guten, freundeten Seglern. Das sind die Momente, wo ein Mann dann auch mal mitkommen darf. Genau, und jetzt dann trainieren. Und dann versuchen wir schon alles zu optimieren, was geht. Allen Stellen, Schrauben zu drehen, die Manöverabläufe zu perfektionieren und so weiter. Und dann, wie gesagt, natürlich haben wir auch mal wieder Umstellung bei 14 Leuten. Man kann sich ja ja vorstellen, dass auch mal durchgetauscht wird. Oder einer, der wir ausfällt durch, keine Ahnung, Familiengründung, Studium. Zieht irgendwo weiter weg leider und all solche Geschichten. Dann hatten wir natürlich immer Bewegung im Team. Naja, und dann musst du dich halt immer wieder neu von vorne da rantasten, wer ist für welchen Job geeignet und dass das dann alles wie so ein Uhrenwerk funktioniert. Genau, und das erfordert viel Trainings und dass das alles am Schnürchen klappt. Ja, und dann zur Mitte der Saison wird es immer ein bisschen schwieriger mit den Trainings, weil dann wirklich die Taktung der Events auch sehr hoch ist. Also dann muss das Boot ja auch immer erstmal nochmal irgendwo hinkommen. Wir haben den Luxus, einen Bootsmann zu haben, der sich um das Schiff kümmert, technisch. Weil wir es zeitlich einfach nicht hinkriegen, weil wir wirklich so viel unterwegs sind. Und wir arbeiten ja alle in normalen Jobs. Also es ist ja auch immer ein Tag Urlaub, wenn du dann in der Woche mal irgendwie was machen musst für das Boot. Und genau, also entweder macht der Bootsmann die Überführung, wir versuchen es generell selber zu machen. Dann ist dann auch immer ein Wochenende dran. Und ja, also wir haben dann über das Jahr gesehen, ich weiß nicht, wie viele Trainingswochenenden haben wir es. Man hat ja fünf, vier, fünf Trainingswochenenden, die wir dann auch wirklich ganz täglich nutzen, jeweils samstags, sonntags. Ja, und dann so wie jetzt, dieses Jahr hatten wir die Europameisterschaft in Danzig. Und dann nehmen wir natürlich dann alles mit, was vorher geht. Das war halt früher anreisen und da vor Ort normalerweise trainieren. Wir haben jetzt noch die polnischen Meisterschaften mitgesiegelt, das als Training genutzt. Wir nutzen auch einige Regatten als Training, weil da lernt man es am besten. Ich würde gerne die Antwort mal fragen, wer Lust hat, das zu antworten. Welche Rolle hat eure Meinung nach die Skipperin in dem ganzen System? So, Kirsch, geh doch mal kurz raus. Es gibt ja zwei Aspekte. Es gibt eine Skipperin beim Sehnen, es gibt eine Skipperin, sag ich mal, an Land. Kerstin wollte ich, dass ich die sage. Tatsache. Ja, ich wollte gerne, dass Kerstin die Frage beantwortet, denn beim Segeln muss Kirsche, das machen, was Kerstin sagt. Ach so. Ja, ich frage so blöd, weil das sind für uns die spannenden Fragen, deswegen. Also ich finde ehrlich gesagt, es ist schwierig, also es ist jetzt meine Sicht der Dinge, ein Skipper hat ja eigentlich immer den Hut auf. Er wird immer gefragt, er wird immer, also alles geht immer auf den Skipper drauf zu, egal was passiert. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach, dann keine Grenze zu ziehen. Und ich finde, dass Kirsche das unfassbar gut schafft, in der Crew, dass sie auch die Verantwortung natürlich auch abgeben will manchmal, weil sie nicht immer den Hut aufhaben möchte, weil irgendwann ist auch mal zu viel im Kopf und irgendwann, sie kann nicht immer wissen, ob da vorne jetzt ein Schicke kaputt ist oder ob das Siegel jetzt da hin muss oder ob das oder ob das oder ob das. Dass auch die anderen natürlich die Verantwortung haben, mitdenken müssen, angeregt werden, mitzudenken. Und das schafft Kirsche, finde ich eigentlich immer ganz gut, diesen Weg zu finden, dass nicht sie immer alle Entscheidungen treffen muss. Und somit, finde ich, die Gemeinschaft wird dadurch natürlich größer. Ja, und somit ist es echt eine angenehme Sache, so finde ich, also sehr, ein schönes Teambuilding einfach, von der Aufstellung von der Crew. Obwohl natürlich Kirsche, na klar, als letztes immer, das Steuer hat sie halt in der Hand. Also du steuert sie auch tatsächlich. Du bist auch dein Brudergängerin. Ist das in der Regattaszene immer so, dass die Skipper auch gleichzeitig, ich bin überhaupt keine Regatta-Kenner. Also nicht immer. Also das heißt, Skipper, du hast ja eigentlich irgendwie Eigner-Schiffe. Und da ist es auch so, dass meistens die Eigner steuern, aber auch nicht immer. Es gibt genug Teams, wo die Eigner einfach Lust haben auf diesen Regattazirkus, aber selber sagen, oh, ich bin da irgendwie nicht so gut und irgendwie einen anderen Job an Bord machen. Und sich einen guten Steuermann holen. Also es gibt solche und solche. Und dann gibt es ja eben so ein paar gesponserte Projekte wie unseres, wo du keinen Eigner dabei hast. So, und ja, da ist das eben so, dass ich eben als Skipperin auch Steuer oder als Steuerin auch Skipperin bin. Ich würde es eher sagen, so rum ist es eigentlich. Also da steuere ich auch Skipperin. Und gibt es auch manchmal Situationen, wo du sagst, mach mal jemand anders jetzt? Oder? Nee, ach, boah, es gibt ja tausende Situationen. Also ich meine, das ist ja wirklich ein Unternehmen, was wir da eigentlich führen. Also das auf so einer Ebene, also A, weil durch, ja, die Zusammenarbeit mit Tutima als Firma erwarten die natürlich eine gewisse Professionalität. Also das eben, die ganze Außendarstellung natürlich auch funktioniert. Also dass wir solche Sachen mit den Klamotten, dass das alles eben nach außen trage, also dieses gemeinschaftliche und, ja, strukturierte so ein bisschen, dass das klar rüberkommen muss und eben so ein bisschen diese Professionalität, das versuchen wir natürlich. Und so was, ja, was das ganze Boot angeht, das kann ich ja eben natürlich nicht alles alleine machen. Also hat jedes Mädel von uns einen gewissen Verantwortungsbereich, also die sich um was kümmert. Die, ne, die eine ist für die Unterkunftsbuchung unter anderem zuständig, die nächste ist für unsere Safety Equipment an Bord zuständig oder unsere auch Geburtstagsfee, dass jeder ihr Geburtstagsgeschenkchen kriegt, das ist auch wichtig, solche Sachen. Ja, oder Kerstin, die eben auch beim Yachtausrüster arbeitet und an der Quelle sitzt, was alles so Material hier angeht oder überhaupt so technische Sachen an Bord und eben immer mal über Bord am Deck läuft und sagt so, Mensch hier, was ist hier und da und sehr viel das Blick fürs alle hat, für alles hat und dann eben auch sehr viel mich dabei unterstützt, was das ganze mit Organisation des Bootes an sich, also der ganzen Maschinerie, was eben primär Technik angeht. So ein Event musst du ja auch immer weit im Voraus planen. Also es fängt an mit den Meldungen, das ist dann wieder mein Job und dann haben wir eine, die für Lebensmitteleinkäufe zuständig ist, die dafür sorgt, dass genug Getränke und so weiter dabei sind. Also so gibt es so viele Bereiche, die jeder dann irgendwie in seiner Verantwortlichkeit hat und sich eben primär darum kümmert, dass das alles zu jedem Event perfekt steht und die eine kümmert sich um die Segel, dass die richtigen Segel an Bord sind, dass die alle vernünftig in Schuss sind und so weiter. Und es gibt ganz viele Jobs. Aber wie gesagt, das sind eben alles verantwortungsvolle Jobs, die jeder für sich eigentlich selber auf dem Zettel haben muss. Und ich habe natürlich immer noch mal meine Hand drauf oder versuche das teilweise zu koordinieren oder frage noch mal ab, ob das jetzt alles am Laufen ist. Und ja, das ist aber eben wichtig, dass du dich aufeinander verlassen kannst. Und genau diese Leute brauchen wir eben auch. Also die auch nicht nur ausführen, du machst jetzt das und du machst das, sondern die mitdenken und eben selber mir natürlich sehr viel davon abnehmen, dass wir von alleine dann mal auf die Ideen kommen, so wie ist es damit und wie müssen wir daran denken. Und ich habe das schon mal angeschoben und so und das gibt mir natürlich auch eine wahnsinnige Sicherheit, dass ich immer denke, so oh, also du musst halt alles im Blick haben. Wie gesagt, ich habe ja auch noch einen kleinen Job nebenbei, also das schafft man irgendwann einfach nicht mehr. Das hören wir gerne, das haben wir nämlich auch in unserem Buch geschrieben, dass es so am besten geht. Ja, aber das ist das Thema, was um das Boot herum ist. Also wenn wir selber in den Regatta segeln, hat ja auch jeder seine Position, die er segelt. Und dann sagst du ja auch klar, okay Annika, wann möchtest du das Manöver fahren? Du entscheidest das. Weil Annika ist unsere auf dem Vorschiff und die kann einfach am besten einsehen, wie lange braucht sie für das Manöver, wie sind die Windverhältnisse, das ist ja auch immer anders. Also wie gut ist man selber gerade fit, was macht das Wetter und wie gut sind wir heute eingespielt. Manchmal hat man irgendwie den Wurm drin und dann dauert alles ein bisschen länger. Manchmal läuft es einfach von alleine und dann sagt ich, okay, das ist mein Plan, du entscheidest, wollen wir das so machen. Ist das so eine Art Taktikerin oder was? Nein, das ist das von Kerstin. Aber, nee, ich glaube, was Kerstin irgendwie gerade gemeint hat, war, dass es wichtig ist, dass jeder das respektiert, dass Kirsche die Skipperin ist und das letzte Wort am Ende vom Tag hat, aber nicht immer auf das letzte Wort wartet, sondern proaktiv seine Aufgaben übernimmt, Verantwortung übernimmt, über den Tellerrand hinaus guckt, also nicht nur seinen Job betrachtet, sondern auch guckt, ob jemand anders Hilfe braucht, ohne darauf zu warten, dass Kirsche sagt, Kerstin oder Kater, helf doch mal Mini, sondern das ist wichtig, dass jeder eine Eigenverantwortung übernimmt, Kirsche damit entlastet, aber trotzdem respektiert, dass Kirsche halt das letzte Wort am Ende vom Tag hat und das ist, glaube ich, ganz wichtig für unerfahrene Crews, das zu akzeptieren. Also es kann gerade beim Regattasegel nicht jeder mitreden bei Entscheidungen. Also wenn bei uns alle 15 eine eigene Meinung hätten, dann würden wir nie über die Ziellinie fahren. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mich interessiert es, wie das konkret ist in so einer Regattasituation. Also wer kann denn dann mitreden? Nicht alle 15, aber schon doch mehr als eine? Also Kirsche sagt eigentlich, also bei uns so ein Boot ist ja überall gleich. Einer steht da mit Steuer, der andere hat ein Großsegel in der Hand, der andere ein Vorsägel beim Upgrind und einer sagt, wo es lang geht. Und dann sagt Kirsche eigentlich immer, also das ist wirklich tatsächlich einer unserer größten Probleme, ist, dass die Kommunikation an Bord und das Reden manchmal auf Vakante oder grundsätzlich, also das, weil wir Frauen haben ja schon die Veranlagung, sehr viel auf einmal loswerden zu wollen. Und das ist auch wirklich unser größter Feind teilweise. Und eigentlich ist bei uns so eine Regel, wenn wir Regattamodus haben, das nennen wir dann so ab einer bestimmten Zeit vor dem Start, dann segeln wir uns ein, dann reden nur noch eine Handvoll Leute. Dann rede ich als Taktiker, dann redet Kirsche mit dem Großtrimmer und mit dem Genua-Trimmer, weil die müssen kommunizieren, ob Kirsche einen guten Ruderdruck hat, ob es Speed ist und dann ist da eine Kommunikation zwischen den drei Leuten und ich sage nachher, ob wir wenden wollen, ob nicht, ob das, ob das. Also ich sage mal so, beim Segeln, ja, also gibt es diese Rolle, Skipper eigentlich gar nicht, bei uns, kann man einfach mal so festhalten. Also da gibt es diese Rolle Skipper während des Races oder wie? Genau, während der Regatten. Also ja, also klar bin ich eben Skipper und habe das Ganze oder habe immer noch das letzte Wort auf jeden Fall und wenn mir dann irgendwie beim Segeln irgendwas nicht passt oder ich merke, also da ich eben am Steuer stehe, habe ich natürlich den letzten Entscheidungsbefugtes oder kann selber entscheiden, wo ich hinfahre und wo nicht. In der Regel versuche ich mich da aber eben komplett zurückzuziehen und mich wirklich nur darauf zu konzentrieren, dieses Boot schnell zu segeln. Also ich konzentriere mich wirklich nur auf meinen Steuern und meine Kommunikation mit den Trimmerinnen und höre zu, was die Taktikerin sagt, wo ich jetzt hinfahren soll. Weil sie dafür in erster Sinne eben auch, also am allerwichtigsten ist mit dieser Taktiker-Job. Und sie steht hinter mir, also ganz hinten und hat das ganze Feld im Blick und entscheidet nach Wind und Welle und Strömung und hast du nicht gesehen andere Boote, was jetzt für uns der schnellste Weg ist, möglich als erstes ins Ziel zu kommen. Und damit befasst sich die Taktikerin eben auch schon vor dem Start und deswegen segeln wir uns vor dem Start auch schon ein und nehmen Kurse und beobachten den Wind, wie dreht er und so weiter. Also das Rennen fängt ja schon weit vom Startschuss an. Und wie gesagt, da gibt es diese Rolle als Skipper einfach geil. Also ich steuere das Boot, aber zu sagen, habe ich eigentlich gar nichts. Und dann ist es eben so, dass diese Position, jeder weiß natürlich am besten, wie schneller in seiner Position ist oder was handelbar ist bei gewissen Windstärken und was nicht. Und gerade die Mädels auf dem Vorschiff, die natürlich also wirklich körperlich den härtesten Job definitiv haben. Und die müssen Spinnager bauen und sowas. Genau. Und die alles eigentlich in die Fresse kriegen, was möglich ist und auch echt einen gefährlichen Job haben, also ohne Fragen. Und die geben eigentlich schon so ein bisschen den Ton an, gerade wenn es ein bisschen mehr Wind ist, weil die am besten eben einschätzen können, was Katha meinte, wie viel Zeit brauche ich, um die Genur zu setzen, um rechtzeitig den Spinnager da an der Tonne wegzunehmen. Die wissen halt, wie viel Kraft kostet das, das Segel einzuholen und so weiter. Und deswegen entscheidet bei bestimmten Sachen das Vorschiff nach in ihr Messen, wie die Kräfte sind. Oder die auch mal sagen, so Mädels, hier geht gar nichts mehr, wir können nicht mehr. Okay. Hier ist Ende. Wir haben keine Kraft mehr, diese 183 Quadratmeter Spinnager einzuholen. Jetzt habe ich es verstanden. Und dann hat die natürlich, na klar, die Entscheidungsgewalt zu sagen, hier geht nichts mehr. Das kann ich nicht von hinten entscheiden. Und da kann ich noch so viel rumhüpfen und sagen, was macht er jetzt aber? Also insofern ist es eigentlich ein komplett demokratisches Miteinander. Was haltet ihr natürlich recht? Es können natürlich alle 14 da reinsabbeln und irgendwie meinen, sie haben jetzt hier die Entscheidung über alles. Aber es gibt gewisse Positionen, die definitiv in dem Moment, wo sie sagen, hier das geht und nicht oder das können wir umsetzen, das können wir machen, da haben die halt das Sagen. Also das kommt immer auf die Situation drauf an. Aber deswegen ist es beim Regal, Wattersegeln, dieses Wort Skipper, jetzt so in den Innenschau-Bereich gibt es für mich gar nicht. Sondern eben jeder, je nachdem, auf welchem Kurs du dich gerade befindest und wer da gerade das Sagen hat. Und wenn Kerstin mir jetzt irgendeine Ansage macht, da kommt ein Schiff und sie meint, das passt, dass wir noch wo wegfahren und ich denke, je, dann entscheide ich natürlich, wo ich langfahre. Also da kann sie mir noch so viel ins Ohr reden. Sagt, wo fährst du jetzt weiter? Dann ist es eigentlich so, ich bin der Meinung, es passt nicht. Also. Also ihr seid wie so eine Doppelspitze. Ja, also ich stehe direkt quasi so dicht hinter ihr und sabbe ihr die ganze Zeit ins Ohr. Und erst recht vor dem Vorstart, also bevor wir diesen Start fahren, sind ganz oft, wie Kirsche sagt, Situationen, wo ich halt letztendlich das nicht entscheiden kann. Ich würde zwar vielleicht unter den durch wollen, aber ganz ehrlich, Kirsche ist die, die es das Steuer in der Hand hat, die weiß, wie viele Sekunden sie hat, das machen zu können und sie weiß, wie viel Reaktionszeit zu den Trimmern kostet, das Segel aufzumachen und das noch zu können bei den und den Windstärken. Das kann ich als Taktiker, es ist zwar schön, dass ich da hin will, aber ganz oft sage ich, dann Kirsche schafft mir das noch und dann hat sie, also dann gebe ich die Entscheidung ab und frage natürlich Kirsche, die das in der Hand hat, ob es überhaupt umzusetzen ist. Also so Kompetenzinseln oder so. Genau. Das ist wie ein Ruhrwerk im Prinzip. Jeder Job an Bord ist irgendwo wichtig und wenn wir jetzt in der Genua-Schoten Überläufer drin haben oder dann können wir gerade nicht trimmen, dann hebt halt die Genua-Trimmer in die Hand und sagt, geht gerade nicht. Wir müssen erstmal kurz hier die Baustelle beheben. Würdet ihr sagen, aus euren Erfahrungen, dass das generell beim Regattasegeln so ist oder gibt es auch Crews, die das anders handhaben? Ja. Wie wäre da der Unterschied? Also ich würde unser Team oder wie wir es handhaben, so beschreiben, dass wir es probieren zu optimieren. Also es ist, wie Kirsche schon gesagt, es macht keinen Sinn, irgendwie dem Vorschrift zu erzählen, dass sie in zwei Minuten das da vorne alles fertig haben müssen, wenn es gar nicht umzusetzen ist. Und der Beste, der es einschätzen kann, ist das Vorschrift. So, wenn ich zwar sage, wo es lang geht, aber Kirsche nicht mehr darunter abfallen kann, dann ist es ja Quatsch, dass ich es entscheide. Der schlauste Weg ist, die zu fragen, die am meisten Gefühl in der Situation hat und das Feeling hat. Wenn es bei der Genua ist und sagt, ein Überläufer ist, dann haben die zu entscheiden, wann die fertig sind damit und nicht wir oder nicht das Vorschrift. Genau, einfach der, wo es Sinn macht. Und das probieren wir halt, ja, so zu optimieren, dass immer in den richtigen, richtigen Momenten die Leute, die Entscheidungskraft haben. Und wir darauf warten und darauf achten bei einer Halse zum Beispiel. Es macht keinen Sinn, wenn Kirsche Tripp sagt, wenn Mini überhaupt gerade, was ich gerade unter Deck ist und irgendeinen Knoten löst. Dann braucht Kirsche nicht. Also für die Hitfrau, nur noch kurz zu erklären, mit Chip das ist. Nein, mit Chip, meinen Kerstin jetzt, ich sage halt in dem Moment an, wo der Spiebaum ausgeklinkt werden soll. Wir fahren ja mit doppeltem Spiegelschirr und wir haben ja irgendwie zwei am Mast und zwar auf dem Vorschiff, also es ist ja richtig viel Alarm. So und wie gesagt, ich brauche natürlich keine Halse einzulöten oder hinten einfach das Ruder rumzudrehen und sagen so, jetzt klingt mal den Baum aus, wenn unsere Pitfrau zum Beispiel noch gar nicht so weit ist. Also dann fangen die vorne, weil die es vielleicht vorne nicht mitkriegen. Also dann entsteht da ein Riesenchaos irgendwie. Deswegen ist auch immer diese Anfahrt der Manöver, also kennen wir uns auch eben schon so lange und auch du weißt ja mittlerweile so ungefähr, wie viel Zeit jeder braucht, um auf seiner Position zu sein oder so auch immer. Oder wenn einer eben nicht da ist, dann schreit er eben im Moment so mit Stopp oder so. Dann weiß man, okay. Mich interessiert, wir waren ja vorhin bei diesen Trainingswochenenden und ihr habt ja diverse neuere Mitglieder auch in der Crew. Wie übt ihr sowas ein? Also genau solche Abläufe, damit auch alle wirklich wissen, in welcher Situation hat wer jetzt das Veto oder das Sagen oder muss auf jeden Fall eine Rückmeldung geben oder so. Wie macht ihr das an so einem Trainingstab? Also viel sind ja die Leute neu. Also die kriegen natürlich nicht gleich die wichtigsten Positionen an Bord und nicht die Positionen, die am meisten kommunizieren müssen normalerweise. Und also ich selber habe das so empfunden, wenn man neu in das Team kommt, man wird total herzlich willkommen. Man wird sofort völlig aufgenommen und dann findet sich das eigentlich von alleine. Also es gibt nie so diese Situation so, ach so übrigens, da hast du was zu sagen und da bist du lieber ruhig, sondern es findet sich einfach. Also man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also ich zum Beispiel hatte ein großes Problem, jetzt das erste Mal an Bord war, überhaupt die ganzen Menschen auseinanderzuhalten, von den Stimmen her. Weil ich halt konstant eigentlich nach vorne gucke, aber eigentlich auf hinten hören muss. Und ich hatte super Schwierigkeiten, dann am Ende zu wissen, okay, wer hat jetzt eigentlich was zu sagen, weil das hast du dann halt nach einem Tag raus und dann läuft es halt ein. Also das ist mir eben die Frage, wir trainieren halt unheimlich viele Manöver in dem Moment. Ja, das stelle ich mir so vor. Da wird eine Halse nach der anderen gefahren. Dann heißt es Halse, Halse, Halse. Und wird die dann immer ausgewertet, also damit man sowas merkt? Oder wie läuft das? Also wir fahren immer eine gewisse Zeit lang sozusagen, dann machen wir eine Pause, dann besprechen wir das, was passiert ist. Dann wird quasi gleich vor Ort überlegt, okay, was ist los? Was ist vielleicht schiefgegangen? Was muss verbessert werden? Oder war vielleicht auch einfach alles gut? Und dann wird weitergemacht. Okay. Also ihr fragt eine Serie von gleichen Manövern und dann besprecht ihr, läuft, läuft, läuft. Auch am Anfang des Trainings, bevor wir überhaupt schon rausfahren, haben wir uns eigentlich einen Masterplan überlegt, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Also wir fahren nicht raus und sagen, ach Mensch, das Wetter ist ganz schön, das soll noch heute ein bisschen mehr heißen, sondern eigentlich ist halt vorher schon der Plan, weil ich meine, wir kennen uns halt alle, wir können natürlich einschätzen, wo werden wahrscheinlich Schwachstände entstehen, wo ist zum Beispiel eine Baustelle, wo sind neue Leute, dann fokussieren wir uns halt einfach darauf. Also wir fahren jetzt auch nicht raus, ohne zu wissen, wer was macht. Das ist, wie Kirche vorhin schon sagt, der fängt seit weit vorher an, wo wir uns überlegen, wer macht jetzt welche Position, auf welchen Positionen setzen wir neue ein. Genau. Wie ich da dann eben nochmal einhaken kann, um das also weiter auszuführen, das ist ja halt, fängt mit der Crewplanung an am Anfang, oder die wir im Winter jetzt schon machen. Also dann gibt es ja eine Stammcrew, die ihre fechsten Positionen an Bord haben, die natürlich immer ein Vorrecht haben, aber dann fragen wir natürlich auch immer unsere ganzen Ersatzmedien immer einspringen, weil eben immer nicht alle 14 können. So, und dann fängt es mit der Crewplanung ja an und dann hast du ja immer einen Überblick, bei welcher Regatta hast du welche Konstellation zusammen. Im Idealfall sind immer alle von der Stammcrew dabei, ist aber eben einfach schwierig umzusetzen. Aber die Kernposition versuchen wir wirklich zumindest, die klarzumachen, dass die immer dabei sind. So, und dann haben wir dann unsere Crew und dann guckst du vor jedem Event, okay, wir haben die Mädels dabei und dann wird irgendwie im Idealfall spätestens eine Woche vorher ein sogenanntes Playbook rumgeschickt. Das heißt, wir haben jede Position am Bord schriftlich niedergelegt. Ja, also, den ganzen Ablauf haben wir einfach mal dargelegt. Was macht man beim Steuern, was passiert in der Halse, was passiert in der Wende. Also der ganze Ablauf einer Regatta-Runde ist quasi in diesem Playbook drin. So, und gerade eben für Neue, die dann an Bord kommen, so wie wie Kata eben im letzten Jahr, die dann auch immer jedes Mal so ein bisschen vielleicht andere Jobs machen, weil sie eben noch keine feste Position hat. Und dann muss sie das eine Mal einfach den Spiel kurbeln oder beim nächsten Training ist sie P2 oder hilft ihm im Miniaturgang im PIT. Und damit sie überhaupt ansatzweise vom ersten Mal segeln eine Idee kriegt, was sie eigentlich da machen soll, liest sie sich das eben vorher einmal durch. So, was kommt eigentlich auf mich zu. Das heißt, man ist mental schon mal ein bisschen drauf vorbereitet, was so ungefähr passiert und weiß schon mal so ein paar Sachen, alles klar. Und dann geht das auch einfach ein bisschen schneller. Und deswegen haben wir diese Playbook oder dieses Playbook mal erstellt für jede Position. und das soll in der Regel speziell für die Mädels, die dann immer mal einspringen, helfen und bevor sie überhaupt lossegeln, schon mal zu wissen, was das ist. Und dass man sich auch die Playbooks von den Positionen anguckt, mit denen man zusammenarbeitet, damit man versteht, was passiert auf der anderen Position, wo könnte man eine Situation entstehen, wo man mehr damit helfen muss. Also, dass man wirklich miteinander arbeitet. Also, es ist nicht, dass man isoliert auf einer Position arbeitet, sondern man hat dann immer seine festen Leute, mit denen man dann zusammen die Dinge macht. Ich würde gerne noch mal auf meine Frage von vorhin zurückkommen. Als ich gefragt habe, ist das immer so bei Regatta Cruz, so wie ihr miteinander umgeht, oder hattet ihr gesagt, nein? Und dann hatte ich gefragt, was ist jetzt der Unterschied? Dann habt ihr noch mal beschrieben, wie das bei euch ist. Aber wie kann der vielleicht noch mal versuchen, den Unterschied zu beschreiben, wie das bei anderen ist? Also, ich kann mir vorstellen, dass ihr euch jetzt nicht so darstellen wollt, dass ihr besser seid als andere oder so. Also, die Erfahrung, die ich jetzt mal gemacht habe, ist, dass es bei anderen Crews auch oft so ist, dass wirklich der, es ist ja ein extremer Unterschied, ob der Eigner mitfährt, der Eigner steuert, der Eigner nicht steuert, oder es ein gesponsertes Team ist wie wir, wo der Eigner gar nicht dabei ist. Und das ist, finde ich, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, bei anderen Teams ein extremst großer Unterschied, wie die Leute an Bord miteinander umgehen. Und wie sie mit dem Boot umgehen und wie sie miteinander umgehen. Ist es eine eingekaufte Crew? Ist es eine gecastete Crew? Ist es aus Freunden entstanden? Also, das ist ja auch ein Unterschied, wie sie miteinander sprechen, wie sie, welches Ziel haben sie vor Augen? Also, wenn ich jetzt frage, im Winter unterhält man sich ja mit anderen Teams irgendwie, so was habt ihr nächstes Jahr vor? Und dann hat man ja immer so einen Fokus. Und da gibt es schon irgendwie unterschiedliche Vorstellungen von jedem einzelnen Team, von jedem einzelnen an Bord. Und das ist, also ich glaube schon, dass bei anderen Teams sehr, sehr viel der Skipper hauptsächlich ist. Okay, mehr Skipper zentriert. Ja, eben Eigner reden, einfach mal von Eigner. Von Eigner. Also Eigner, ja. Also da würdet ihr ja den größten Unterschied machen. Jetzt nicht zwischen Profis und... Ja, dass es einfach nicht so das große Ganze ist, sondern schon so eine, so eine vielleicht zwei, drei, vier Leute an Bord sind, die alles zu sagen haben. Und nicht alle. Ja, oder eben nicht so, wir haben das dann im Laufe der Jahr auch perfekt in den Mittagern und sind vorbereitet und mit, wie sagt, den Playbooks, mit, dass jeder vorher weiß, welche Position mache ich und wie läuft das Training, also diese ganze Orga drumherum, dass du das ganze Team auch mit involvierst im Prinzip. Also da wird nicht einfach so ein Planfugel fertig, sondern also es ist bei uns generell, glaube ich, auch schon viel, viel demokratischer als bei manchen anderen Teams, auch bei manchen anderen gesponserten Teams. Also das ist einfach wirklich, jeder kann da sein, selbst zu abgeben. Also ob das nachher weiterführend ist oder nicht, muss man dann sehen. Aber generell ist es eben wirklich so, dass wir diese Gefälle so gar nicht haben zwischen, ja, Skipper, Aigner oder so, sondern, ja, also jeder darf durchaus sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, das ist eben in anderen Teams ganz anders als bei uns. Würdet ihr da die Grenze in geschlechtsthypischen Fragen sehen oder laufen die Grenzen anders? Also ich glaube einfach so, also mein persönlicher, weiß nicht, da ist auch immer Glück, wie man zusammenpasst. Also es gibt auch durchaus Mädels, mit denen wir jetzt definitiv nicht so gut klarkommen. Also es ist immer eine charakterliche Frage und das hat, glaube ich, nichts mit Mann oder Frau zu tun. Aber es gibt eben, oder das ist, glaube ich, eines auch der Dinge, die uns extrem auszeigen, die sich aufeinander achten. Dass man immer einen Blick für den anderen hat und immer guckt, ja, also, oder dass man wirklich merkt, dem geht es jetzt gerade nicht so gut. Ich glaube, das ist bei Männern groß jetzt nicht so ausgeprägt, dass sie immer so, Mensch, und irgendwas ist mit auch mit dir und so. Also da sind wir schon sehr Frau oder eben bei unserem Team ist es sehr extrem, dass man wirklich irgendwie echt drauf achtet, Rücksicht nimmt und nicht so dieses Macho-Gehabe, wie es manchmal so ist, eben an den Tag legt. Und Hauptsache ich, ich, ich. Und bei uns ist das wirklich sehr, deswegen können wir natürlich am besten immer von uns sprechen, weil wir das eben, ja, so leben und das ist auch das Feedback, was wir immer bekommen. Also von neun Mädels, die reinkommen und sagen, ey, das ist dieser Zusammenhalt, das ist der Wahnsinn und so treten wir auch auf und das kannst du gar nicht spielen, das geht gar nicht, also nicht auf so viele Jahre. Und dass andere Crews immer sagen, also tut die mal, du bist immer so präsent und die sind immer so miteinander, was jetzt auch nichts mit Klüngel zu tun hat, wir sind immer offen für andere Crews, also wir sind immer meistens daran interessiert, dass irgendwas abends stattfindet, dass du rausgehst, Leute kennenlernst, aber wir sagen trotzdem auch immer, wir sind uns aber auch selbst genug, also wir brauchen auch nicht andere, weil wir einfach miteinander so gut klarkommen. Und das ist, glaube ich, die Besonderheit. Und woran das jetzt so genau liegt, viel Glück, aber wir sortieren eben auch nach wie vor aus, wenn wir eben merken, da ist ein Stürf, geht dabei. Naja, man merkt ja schon, wo ihr selber eure Werte setzt, also dieses Aufeinanderachten und Gucken und zu sagen, also wenn die nicht mehr kann, dann nützt das alles nichts, wenn alle noch so wollen. Gutes Beispiel, da gibt es glaube ich andere Crews, die sagen, du spinnst ja wohl, das ist dein Job. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, das passt zusammen, was du eben sagtest, wenn der Eigner zum Beispiel dabei ist, dann ist der Eigner, der sagt, das ist mein Schiff, ich will mit meinem Schiff, mein Schiff soll gewinnen und der Rest der Crew ist eigentlich das Werkzeug, damit mein Schiff gewinnt. Gibt es ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes Szenario bei euch. Ja. Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Also das ist wirklich, ob es um die Materialien geht, ob es klariert, ich zahle ja alles und mach mal. Also das ist schon, das spiegelt sich aufs ganze Team wieder. Glaube ich schon. Also egal, ob Geschlechter, ich glaube, die eine, wie das Team zusammengestellt ist, ist schon sehr ausschlaggebend. Und uns geht es auch, glaube ich, in erster Linie, klar ist es immer schön, Erfolg zu haben und das wollen wir natürlich auch, der Ehrgeiz ist da, aber in erster Linie wollen wir Spaß am Regattasegeln haben, weil das unsere Freizeit ist und halb wieder nach Hause kommen. Meistens schaffen wir das auch. Ja, und das ist, glaube ich, unser Hauptfokus und das schaffen wir, dass wir da so viel Spaß drin haben, indem wir befreundet sind und indem wir bei der Crewauswahl, glaube ich, auch in erster Linie mal drauf achten, dass es menschlich einfach passt und nicht nur seglerisch. Ja. Wenn jemand dann menschlich ganz toll ist und dann auch noch ganz toll segeln kann, ist das natürlich super, aber in erster Linie muss der Charakter passen und segeln kann man lernen. Beispiel jetzt hier am Tisch, also Kata zum Beispiel, du segelst jetzt seit Tutima Regatta, also seit einem Jahr im Prinzip. Also ist es früher schon mal gesegelt, so ist es nicht. Ach so. Aber du bist da ins Regatta-Segeln eingestiegen. Ja, bei uns eingestiegen und kannst ja auch aus deiner, warte mal, ich erzähle es nur einmal von meiner Seite, das ist eben so ein bestes Beispiel, ja. Also, ja, es ist zwar schön, wenn du die perfekte Regatta-Seglerin dabei hast, aber wenn sie halt stört und nervt und anstrengend ist, ja, dann, sorry, dann verzichte ich da lieber drauf. So, und jetzt kommt eben eine Kata um die Ecke, die mega ambitioniert ist und immer gut drauf ist und der Sonnenschein und die alles auch, wo kann ich helfen und so, ne, was soll ich machen und wenn du sie fragst, ist die Position okay, ja, ich sage mir, was ich machen soll, mache ich, also, das ist natürlich das beste Beispiel von Teamfähigkeit und, ne, und wie gesagt, gar keine Regatta-Erfahrung, aber es gibt eben, die verstehen das halt so schnell, den erklärst du es dann ein, zwei Mal und dann läuft das halt so. Und das ist uns ja zehnmal lieber als andersrum, ne, dass du da, und das sind eben die Sachen, wo wir sehr viel Wert drauf legen, ist das Miteinander und dass man miteinander Spaß hat und das ist auch eben wirklich eines unserer größten Leitfäden, dass wir halt sagen, ohne Spaß geht das alles nicht. Also ohne Spaß brauchst du gar nicht rauszufahren. So, und ohne Spaß geht auch kein Erfolg in meinen Augen. Also klar, da kannst du ja natürlich ein paar Profis einkaufen, aber dann ist es auch schon eine ganz andere Sache. Dann ist es ja kein Spaß mehr. Aber das ist ja genau, dass wir eben nicht, wir sind ja wirklich eine Amateur-Crew, das darf man ja auch nicht vergessen und segeln aber im ganz großen Zirkus damit, aber das funktioniert eben, darf man ja auch nicht vergessen, wie lange halt auch schon. Also meine Genurtrimmerin, die jetzt, ich sag's mal aus meiner Warte, leider, vor zwei Jahren ein Kind bekommen hat, ein ganz süßes, aber das war 20 Jahre lang meine Genurtrimmerin. 20 Jahre, wir sind auf der Jotze zusammengesiegelt und die segelt jetzt auch immer mal wieder mit. Also sobald es möglich ist, dass ihr Kind mal irgendwie ihr Mann geben kann oder so, ist die auch wieder dabei und die ganzen anderen Mutti's genauso, mit denen ich früher Jotze gesegelt bin und dann später auf dem einen Fuß fuß bin. Die kommen alle wieder zurück und ich meine, was Besseres gibt's doch gar nicht als Bestätigung, dass, ja, dass dieser Teamgedanke einfach so extrem ist und das hast du in anderen Teams einfach nicht. Also ich kenne es in keinem anderen Team so. Also dieses Extrem, Thema miteinander und Konstanz. Und das ist unserem Sponsor, muss ich da jetzt zu ihm auch sagen. Also unser Sponsor macht es uns auch sehr leicht, also weil es eben für beide eine Win-Win-Situation ist. Also die, also bei uns passt es eben auch gleich, setz dich mal vom Charakter her, mit beiden und er vertraut mir und dem Team, in dem sind eben auch blind, weil er immer damit gut gefahren ist und schaltet sich da nicht wirklich groß ein. Also er weiß ganz genau, wir achten auf alles und für ihn ist es auch wichtig, dass wir Spaß daran haben und er ist auch immer, also der sagt uns jetzt nicht, ihr müsst aber so und so viel Rennsegeln und ihr müsst das und das machen. Natürlich ist ihm das schon auch wichtig, dass wir gut segeln und ein gutes Bild nach außen abgeben, aber er lässt uns da wirklich sehr freien Raum und weil es eben auch funktioniert und dafür sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir auch viele Entscheidungen selber treffen können, aber halt immer natürlich im Sinne möglichst und ja, das hängt natürlich auch daran, also man muss auch einfach mal viel Glück haben und das haben wir halt einfach. Also wenn du natürlich jemanden hast, der vielleicht auch nicht immer beim Segeln dabei ist, aber dir ständig auf die Finger guckt und sich nach jedem Wochenende schlau macht und wie war denn das und ihr müsst mal hier und so, also das fände ich schon sehr anstrengend und da haben wir es einfach so unfassbar gut und ja, da muss man auch eben sagen, das merkt man natürlich auf beiden Seiten, es funktioniert einfach. Also da haben sie einfach zwei Parteien gefunden und dann läuft das auch viel, das macht es einem dann einfach auch leichter. Ich habe mal auf unsere Fragenliste geguckt und ich stelle voller Erstaunen fest, dass fast alle Fragen beantwortet sind im Gespräch irgendwie, sind wir darauf gekommen. Was mich noch interessieren würde, wie geht ihr mit solchen Situationen um, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, wenn ihr im Rennen seid und die Taktikerin sagt jetzt, wir machen das so und dann hinterher stellt sich heraus, das war der größte Müll, den sie da entschieden hat. Da stellt die Taktikerin meistens selber fest. Und sag das dann auch. Ich bin sehr gut selbstreflektierend, weil ich das gut gelernt habe und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, Selbstreflektion finde ich super, super wichtig und bei uns ist es nicht, also klar weiß man letztendlich, wer vielleicht eine Fehlentscheidung gemacht hat, aber bei uns an Bord ist es halt auch schön, dass keiner sagt, irgendwie wegen dir war das jetzt oder weil du die G nur zu früh aufgeschmissen hast oder weil du da drauf standest, das gibt es halt gar nicht. Also das Gefühl wird niemandem vermittelt und das ist halt das Schöne daran. Also wenn, glaube ich, natürlich diskutieren wir auch alles aus, wir wissen auch immer, wo was gehangen hat, aber das machen wir auch nur, um es zu verbessern. Nicht um Schuldige zu finden, sondern um es zu optimieren. Weil Fehler braucht man, um einfach besser zu werden. Und auch der Taktiker braucht Fehler, um besser zu werden, um aus dieser Situation zu lernen und so funktioniert das eigentlich. Kannst du das beschreiben, wie ihr das schafft? Wie wir das schaffen? Ja. Mit demselben Ziel einfach, würde ich sagen. Und gerade bei, also das ist, finde ich gerade bei den Trainingswochenenden ganz intensiv, da sitzen wir am Anfang am Steg zusammen und überlegen, okay, was machen wir, wie sind die Windverhältnisse heute, was wollen wir heute probieren und so weiter und so weiter. Und dann haben wir es gemacht an Bord und wenn wir dann wieder das Boot im Hafen haben, dann reden wir nochmal und dann übernimmt Kirche wieder die Rolle und sagt, er lässt nochmal den Tag so Revue passieren, sagt, was gut war, Lob vor allen Dingen auch, was ich mal richtig gut finde, wenn dann so ein Tag war wie, Mädels, das war richtig geil, heute hat richtig Spaß gemacht und vor allen Dingen dann nochmal die Situation, die irgendwie schwierig war, darüber reden wir dann nochmal und also die sprechen, also das Manöver sprechen wir durch. So, okay. Genau. Ja, aber eben immer auf eine ruhige Art, das ist eben das Schöne. Genau, genau. Das, was du sagtest, was eben so wichtig ist, nicht so, ja, da hast du aber das gemacht und der hat mir das. Ich fand das aber, meine Schrift war das nicht. Also, das ist wirklich so konstruktiv in dem Moment drüber geredet, wo hat es gehakt und wie können wir, also einfach nur mit diesem Fokus, wie können wir das besser machen und nicht, wer war das und warum hast du das gemacht, sondern, wie gesagt, auch Kerstin, aber auch andere Personen merken man ja doch sehr schnell, dass die jetzt gerade leider Fehler gemacht haben. Also, das merken wir, wenn man lange genug dabei ist, dann merkt man das ja schon. So, und dann wird eben drüber gesprochen und so, wie regeln wir das? Und ganz wichtig, während der Wettfahrt, nicht während der Wettfahrt auf der Kante, sondern wir warten dann eine Wettfahrtpause ab, wo wir dann alle ganz kurz zusammensitzen, je nachdem, wie viel Zeit uns die Wettfahrtleitung lässt, wo wir das dann besprechen oder sonst halt am Ende vom Regattatag. Aber wir diskutieren jetzt nicht auf der Kante. Also nicht im Regattamodus, das heißt auf der Kante. Also das ist, man ist ja immer drum versucht, dass man das nochmal ausredet und dann muss auch manchmal dann irgendwie vor hinten kommen, so Mädels, jetzt nicht Konzentration, besprechen wir später. Natürlich muss auch das mal gesagt werden, weil natürlich, man will es irgendwie in dem Moment klären, aber man muss natürlich dann sagen, so, weil natürlich, dann ist jeder so abgelenkt damit und wie gesagt, das muss manchmal auch gesagt werden. Also jetzt so Mädels, Konzentration, besprechen wir in der Pause. So, und dann ist auch ruhig. Weil ihr es dann auch macht, nehme ich an. Klar. Weil man weiß, darauf kann ich mich auch verlassen. Ja. Das kommt dann auch dann. Wir hatten ja noch die Frage, ob ihr Rituale habt. Also so ein bisschen, würde ich das, was ihr da beschreibt, beschrieben habt, dass sich mit diesen regelmäßigen Besprechungen und so, Vorbesprechungen, Nachbesprechungen, das würde ich zum Beispiel unter Rituale fassen. Habt ihr auch noch andere, so wie Klintzi, das mit der Fußballmeisterschaft gemacht hat, dass man sich irgendwie nochmal umarmt vorher oder abklatscht hinterher oder irgendwelche, solche Rituale, habt ihr sowas auch? Stegbier. Scheri und Stegbier. Das ist ein Ritual. Also ja. Und Musik hören beim Rausfahren. Das machen wir auch immer. Was für ein Ding? Musik hören beim Rausfahren. Ah. Da wird jeder, wir haben eine Playlist, die haben wir alle zusammengestellt, jeder durfte Lieder reinschmeißen und das ist quasi von uns allen eine Playlist, alle Lieblingslieder und die spielen wir eigentlich immer, wenn wir rausfahren und so ist für jeden was dabei und das ist halt unsere Playlist, unsere Lieder von unserem Team. Und das ist so, das hören wir immer, wenn wir rausfahren. Wenn wir dieselbe? Und wenn wir reinfahren. Ja. Bis wir es nicht mehr hören können. Das habe ich schon irgendwo mal gehört. Das klingt toll. Irgendjemand hat das erzählt, dass das irgendjemand macht. Man kann auch seine Lieder dann tauschen, wenn man das möchte oder wenn andere. Wenn zu viel Schlager dabei ist, dann wird das mal die in jedem Zug auf die Playlist hat. Und ich finde auch, Geburtstagsgeschenke ist auch ein Ritual. Ja. Wir sitzen dann immer zusammen an Bord und dann singen wir alle durcheinander und unsere Geburtstagsfee fragt dann, die Geschenke oder überreicht die Geschenke. Das zelebriert. Das ist auch ein Ritual. Das stimmt. Egal, ob der Geburtstag schon zwei Monate her war. Also immer, wenn wir uns dann zusammen sehen, wird dann dieses Krugeschenk begeben und gesungen und ja, das ist definitiv ein Ritual. Und wie gesagt, Sherry-Ritual geht bei Sieglanger irgendwie nicht anders. Also in der Regel machen wir das nach dem ersten Rennen, würde ich sagen, im Schnitt. Manchmal vorher, weil wir jeder erzählen, wie der Abend war oder wie früh die Regatta ist oder so. Aber das ist auch, dass wir immer eine Flasche Sherry mit rausnehmen und natürlich den ersten Schluck Rasmus können, damit er uns gut gesonnen ist und ja, dann nimmt jeder einen Schluck und das ist auf jeden Fall jeden Tag. Passiert das? Also wir haben das als festes Ritual auch dabei. Einfach so ein bisschen zum Anheizen. Ist natürlich der Nachteil, dass wir so viele sind, bleib nicht so viel für jeden. Ja, aber das sind so Sachen und das sind auch so Rituale, das ist zum Beispiel eins, was definitiv nicht nur wir haben. Also diese Diebisch-Geschichte mit dem Bierchen alles zu besprechen im Hafen oder Sherry, das ist eigentlich ein ganz gängiges Regatta-Ritual bei vielen Crews. Und ja, da gehen wir natürlich auch dazu. Und diese Zeit ist eigentlich immer echt ganz schön, dann im Cockpit zu sitzen, idealerweise spielt das Wetter dann mal mit. Und dann wirklich so, ja, alles irgendwo zu beschnacken und Bierchen zu trinken ist immer ein richtig schöner Abschluss so des Tages eigentlich. Also natürlich noch schöner, wenn man an dem Tag richtig gut gesegelt ist und gute Plätze gefahren. Dann klatschen wir uns natürlich auch ab, wenn wir dann gute Ergebnisse erfahren und so. Das ist klar, das gehört dazu. Was meint ihr? Haben wir noch Fragen? Also ich bin jetzt, kann ich euch jetzt mal schwerstens beeindruckt von diesem Interview. Also das bewirkt mich total, muss ich sagen, wie ihr eure Zusammenarbeit und euer Zusammenleben beschreibt. Da geht mir das Herz über. Ich hätte jetzt auch keine weiteren Fragen. Habt ihr noch was? Also mir geht das auch so, dass ich denke, das ist wie aus dem Lehrbuch. Finde ich. Es klingt ganz schön, es klingt ganz glaubwürdig und so als würde das total Bock machen. Also stolz drauf. Und deswegen, wie du sagst, da kannst du auch stolz drauf sein, dass nach 20 Jahren Frauen, wenn sie irgendwie können, auch noch wieder mitfahren wollen, weil das beweist eigentlich, dass ihr das richtig gut macht. Auf jeden Fall. Dieses Verbinden. Ja, definitiv. Also es ist ein hartes Stück Arbeit, muss man halt auch sagen. Also es läuft nicht alles immer eben so. Man muss da schon sehr viel Zeit investieren, aber ja, also wenn nicht dafür, dann weiß ich auch nicht wofür. Also es läuft sich definitiv. Und also böse Zungen behaupten ja unter anderem meinem Chef, dass ich ja in der Firma eher droppe. Und ja, also eigentlich richtig mein Job. Mein Projekt ist aber, nun habe ich auch das große Glück, dass ich da sehr unterstützt werde. Und sonst wäre das auch wirklich nicht machbar. Also wenn ich das alles abends machen müsste, dann würde ich glaube ich Pirat segeln. Also das wäre nicht drin. Also, aber so ein bisschen die Firma, ich meine, ich bin im Schifffahrtsbereich tätig, also wir segeln ja auch die Schifffahrtsregatte mit, wo meine Firma eben auch, wo meine ganzen Kunden rumlaufen und so weiter. Also das ist ja auch so, dass sie mich auch gerne dafür nutzen oder einsetzen. Hier und so. Also das ist ja eben auch teilweise eine Wind-Win-Situation. Da habe ich eben Glück, dass ich in der Branche auch bin, wo das passt. Und schon so lange dabei. Und ja, also das muss ich sagen, hat zum Glück immer von Anfang an gut getoppt, dass wir auch immer wieder frischen Wind reinbekommen haben. So zum Beispiel eben Cutter oder was weiß ich, Mini vor ein paar Jahren. Also Yasmin oder oder. Also das, die auch eben alle bleiben und genau die gleiche Euphorie mitbringen. Also wenn das nur einer hat, dann kommt es natürlich nicht weit. Deswegen bin ich auch immer so dankbar dafür, dass ich diese ganzen Mädels habe, die irgendwie genau das genauso wollen oder auch begreifen, was dahinter steckt. Und einfach dieses, ja, dieses Fieber so mitpackt. Und ja, das ist schon eine Lebenseinstellung eigentlich, muss ich sagen. Also es ist wirklich ganz fest verankert. Also ich habe auch immer über die Welt gefragt, wie zeitintensiv ist das jetzt für mich? Also ich habe schon ein Gefühl, 365 Tage im Jahr mit diesem Projekt irgendwie zu tun, in irgendeiner Art und Weise, wo man drüber nachdenkt oder Sachen anschieben muss. Also es ist wirklich, vergeht eigentlich keinen Tag bei mir, wo ich nicht irgendwie in einer Art und Weise mit dem Projekt zu tun habe. Also das muss man wollen. Man muss einen guten Partner haben, der das mitmacht. Bin ich auch sehr dankbar, dass ich den habe, weil es eben sehr zeitintensiv ist. Aber man braucht eben genau diese Mädels dazu. Und deswegen, was ich noch mal bei mir, bei mir ist es immer so ein bisschen so, ah, dieses Skipper oder so, weil wir es eben bei uns gar nicht so haben. Also ich steuere das Boot. Klar habe ich so ein bisschen Leitfaden in der Hand, aber ja, ich bin halt nur so gut wie mein Team. Und da lege ich ihm auch immer Wert drauf, dass alle dazugehören. Und kann ich allein noch so gut sein, wenn die alle nicht mitmachen. Also das muss schon von jedem selber auch eben gewollt sein. Und wir haben einfach das Glück, dass wir die richtige Mischung da am Start haben. Und dann opfert ihr eure Zeit noch für ein Interview mit namenlosen Autoren? Nein, aber jetzt alleine da solche Sachen. Also ich meine, wir haben ja so viele, oder speziell ich auch eben, so viele Termine und Sachen. Und das sind eben auch Sachen, also zum einen helfen wir da auch sehr gerne. Also wir sind ja ein Aushängeschild und so präsentieren wir uns auch, so wollen wir auch sein. Also wir wollen ja auch, ob es Mädels sind oder wie auch immer, dazu animieren, das zu machen und das zu tun. Es gibt eben noch viel zu wenig so. Und ich bin ja jetzt mit diesem Beirat vom Helga Cup, ich weiß, ihr habt ja wahrscheinlich auch schon gehört. Das geht ja so durch die Decke, das haben wir im Leben nicht erwartet. Also wir segeln nicht so lange Frauen. Der DSV kümmert sich jetzt auch um Frauen mit dem Helga Cup. Ah. Es wird eine Regatta stattfinden nächstes Jahr auf der Alster Anfang Juni, wo nur Frauenteams gegeneinander segeln. Und das schießt gerade, wir sind jetzt mittlerweile 60 Teams, haben sich da angemeldet. vier Mädels. Also das ist schon echt gewaltig. Und das wird auf der Alster. Und das ist das erste Mal, dass so eine richtige Frauenregatta in dem Sinne stattfindet. Und die drehen alle total durch. Also das ist völlig irre. Und ja, hätte ich jetzt auch nicht so mit gerechnet irgendwie. Aber dafür sind wir eben da. Und dafür eben auch überall Präsenz zu zeigen, wo es halt geht. Also wir wollen auch oftmals, hat man ja vielleicht so ein bisschen so, vielleicht dann auch so dieses so, ach ja, die Mädels, sondern man will eben genau das nicht, so diese Art Arroganz sozusagen, wir segeln da oben, was wollen die denn jetzt? Also das sind ja auch nur Menschen. Und das ist ja, wir freuen uns ja, wenn sich jemand für uns interessiert, für unser Team. Und das ist nur das Geringste, was man dann dafür mal machen kann. Also für die ganzen Privilegien, die wir sonst haben, dann tut die mal und so weiter. Also kann man auch mal ein bisschen was dann. Und das könnt ihr auch ruhig weitergeben. Also wir erleben das total oft, dass dann Menschen uns dann irgendwo um die Enke ansprechen und so, ach Entschuldigung. Oder sich nicht trauen uns anzusprechen. Genau, die trauen sich gar nicht. Und da bin ich immer ganz verwundert. Und frage ich mich manchmal auch, oh Gott, was für einen Eindruck hinterlassen wir dann manchmal. Aber das ist halt diese geballte 5, 14 Mädels, pinke Kraft irgendwie, die uns wie so eine große pinke Mauer erscheinen lassen. Und so ist es halt gar nicht. Also uns kann jeder ansprechen, Fragen stellen und. Das kann auch manchmal ganz einfach nur, deswegen, wenn man häufig in der Presse erwähnt wird, dann kriegt man so eine Aura, dass man von normalen Menschen nicht mehr ansprechbar ist. So oft sind wir dann auch nicht in der Presse. Naja, also Superstar. Aber ich glaube von der ganzen deutschen Sieglerschene, sind wir da glaube ich schon am meisten drin. Kann man wirklich so sagen, glaube ich. Ich habe mich auch nur getraut, weil du mal ein Sprechfunkzeug hast. Ja. Ne, also uns kann man anfassen, Fragen. Sind nicht aus, sind nicht aus Marzipan oder so. Ne, wir kriegen ja überall unsere Facebook-Seite immer mal viele Nachrichten oder Fragen oder keine Ahnung oder auch Bewerbungen und alles Mögliche. Das kann ich mir vorstellen. Also klar. Ja, und das ist vielleicht auch mal wichtig zu dem ganzen Thema, ist natürlich auch so, wie suchen wir neue Mädels aus. Genau. Viele kommen eben auf uns zu. Bei Katta war es jetzt wie mit ihrem Freund von ihr, wir arbeite ich zusammen halt und der hat mir irgendwann gesagt, so wie, ich habe eine Freundin, die segelt auch ab und zu mal, die würde ich hier in Schicksal trainieren sehen, hat mir gleich ein Foto gezeigt, das sie von uns gemacht hat und dann meinte er nur, ja, also wenn ihr mal jemanden braucht zum Training, würde sie gerne mal mitkommen. Und dann war das auch echt prompt irgendwie, ich weiß nicht, später oder so, war beim Training, brauchten wir jemand und dann fiel mir das ein und dann habe ich direkt mal angehauen und ja, so kam Katta zu uns. Also einfach, also in der Regel ist es aber eigentlich schon so, dass entweder, weil wir Mädels kennen, die wir dann fragen oder die sich bei uns bewerben und dann sagen wir halt immer, gut, komm mal ein Training mit und dann schon wollen wir uns mal gegenseitig und schauen, dann haben wir ja schon so nach zwei Tagen so einen ersten Eindruck, ob das ansatzweise passt oder so und dann wird immer noch mal geguckt und noch mal, also bevor dann, wie sagt Katta, der hat jetzt eine Vorlaufzeit von anderthalb Jahren gehabt, wo wir jetzt entschieden haben, so okay, hast du Bock in die Stammkruhe zu kommen, also fest dabei, dann einen festen Job zu kriegen und feste Position an Bord, so, aber das machen wir halt nicht von heute auf morgen, also es wird halt geguckt und möglichst dann auch demokratisch mit der Stammkruhe entschieden, was hält ihr davon, passt das, passt das nicht. Ja, und das ist glaube ich auch ganz wichtig, was eben auch nicht in anderen Crews passiert, glaube ich, dass gemeinschaftlich möglichst entschlossen wird ja, muss die vielleicht das Team mal verlassen, weil er bringt viel Unruhe oder die passt doch super, was haltet die davon, ja, also wenn die Hälfte davon irgendwie der Meinung ist, ja, das ist ja relativ sinnlos, dann so jemanden in die Crew zu nehmen. So, und bei einigen wird halt einfach die Crew zusammengestellt, ja, und dann ist die anderen halt friss oder stirb, wie letztens das Gespräch von einer, ich nenne den Namen nicht, Crew, wir haben Crewtreffen, ja, zu dritt. Ja, und man dachte, das sind aber eigentlich zehn Leute. Das sind zehn Leute an Ort und die haben Crewtreffen zu dritt. Ja, reicht ja. Aber man natürlich auch sagen muss, wir haben natürlich auch den Luxus, dass wir uns das aussuchen können. Es gibt natürlich auch viele Crews, die zwangsläufig zusammengewürfelt werden, weil die auch irgendwie ihr Schiff voll kriegen und das ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Szenario, wenn du dich halt arrangieren musst, ob du möchtest oder nicht. Wir haben halt, unser Pool ist groß genug, auch mal zu sagen, ja, nee, das funktioniert halt jetzt nicht und sind jetzt nicht darauf angewiesen, diese eine Person dann irgendwie ins Team zu holen, weil wir sonst nicht segeln gehen können. Ja. Das glaube ich auch immer nicht unterschätzen. Das ist schon auch ein gewisser Luxus dann. Ja. Deswegen ist es am Ende dann eben auch gut funktioniert. Das, also, das klingt jetzt fast so, als wärt ihr euch meistens einig bei solchen Fragen. Gab es auch schon mal Situationen, wo die eine Hälfte so und die andere Hälfte so wollte? Bei meinen Kursus? Ich mich nicht dran an. Nee, ich überlege auch gerade mal, was für... Bei der Bekleidungsfrage für die Weihl. Das ist... Also da hat... Das war die nächste Diskussion, die wir jemals geführt haben. Ich weiß nicht, Was für ein Kleidungs? Wir saßen auf dem Steg, die Ahus? Nein, es war... Die Kopenhagen. Es war Kopenhagen. Free World. Free World. Ey, die haben drei Stunden... Also bei der Eröffnungsfeier von der WM in Kopenhagen einziehen. Kleid tragen werden. Die Farbe. Die Farbe war das. Aber sonst ist es ein... Es war die Farbe. Dann geht's ja noch. Ja. Also ich denke, ihr müsst pink kommen. Wir müssen nicht pink. Ach so, wisst ihr nicht. Und stehen schwarze. Jetzt bietet leider auch extra. Aber da jetzt zu kommen, das war ein langer Weg. Da waren viele Sachen im Spiel. Und dann war die die Welt. Das war die längste Diskussion, die ich jemals mit euch geführt habe. Das war wirklich krass. Aber es schien immer in die Sonne und wir hatten Bier nach. Also das sind auch Momente, die vergisst man nicht. Aber ich denke ja auch, solange wir keine anderen Probleme haben. Als die anderen groß gedacht haben, müssen wir unsere Hunde eigentlich auch mal gehen. Auch so ein bisschen Klischee ist glaube ich gar nicht verkehrt. Aber dann haben wir selber uns auch... Also wir wurden auch direkt für die Band gehalten. Für die Band. Weil wir mit Pumps und Kleidern auftauchten und natürlich mit Abstand die einzigen waren, die so gekleidet waren. Und alle dachten so, das ist jetzt ein Band. Aber man muss eben auch da mal einfach ein Statement setzen. Klar, krokodiert man so ganz leicht damit eben mit diesem Pink und mit diesen Mädels und so. Aber das ist ja auch ehrlich so ein bisschen so ein Gag. Also wenn ich mal ehrlich sage. Wenn der pinken Nagellack am Steg rausgeholt wird. Ja, also gewisse Klischee dafür. Weil es eben auch für dich ist. Bleibt ja auch im Gespräch. Und das ist ja wichtig für uns halt. Diese Präsenz auch abends, was Kirsche vor allem mal so angerissen hat. Das ist, dass wir halt offen sind und gerne mit anderen Gruß abends da zusammensitzen, essen gehen, Bierchen, trinken, quatschen. Und dass wir halt diese Präsenz halt nach außen tragen und halt immer wieder dadurch halt natürlich im Gespräch sind. Und so funktioniert das ganze Projekt halt. Machen wir auch gerne. Gibt Schlimmeres. Wir müssen uns dazu nicht erst abfeuern. Also du bist heute schon um 10 ins Bett gegangen. Morgen anders. Nee, wir machen das ja ganz clever. Ich gehe, ich gehe, du bist wie ich. Es geht keiner. Ich bin immer noch ganz fasziniert von diesem Zusammenspiel, von diesem sachorientierten Arbeiten am Verbessern und Besserwerden und gleichzeitig diesem menschlichen Zusammenhalt. Also wie das so zusammenspielt bei euch. Das finde ich ganz schön. Hört sich schön an, ja. Ich glaube Freundschaft einfach sagt das aus. Ich glaube, wenn man befreundet ist, dann ist es gleich, denn da gibt es sich. Ja. Und vielleicht auch Frauen. Da gehört noch ein bisschen mehr zu. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist immer gefeindlicher. Ich glaube, das ist eher so eine Mischung aus Professionalität und Freundschaft, die da ganz wichtig ist. Genau, das finde ich nämlich. Mir fällt das Stichwort uneisel ein. Ich glaube, die Personen, die daran beteiligt sind, müssen eine gehörige Portion Uneitelkeit haben. Also kein Problem damit haben, irgendwas falsch zu machen, zum Beispiel offen über Sachen zu reden, ohne sich angepisst zu fühlen oder jemanden anzupissen. Auch wichtig ist an Bord, wie wir miteinander reden. Das ist auch, man hat ja an Bord während des Wettkampfes einen ganz anderen Wortwahl und auch eine Intensität der Stimme als an Land. Und das ist wirklich extrem. Und wir sagen immer, was auf dem Wasser gesprochen wird, dass eben keiner persönlich mit nach Hause oder auf dem Wasser ist, auf dem Wasser. Und jeder hat ja sein, zum Beispiel ich als Taktiker, ich bin ja dann auch schon ziemlich unter Strom am Start oder Kirsche bei manchen Situationen beim Steuern oder meinetwegen im Pit, wenn Jasmin da gerade um irgendwelche Ecken mit mir rumfahren und da ganz, ganz viel Feuer hat, dann wird natürlich ganz anders gesprochen. Dann wird auch mal lauter geredet, auch mal vielleicht ein bisschen aggressiver, aber auch nur, weil es aus dem Effekt, weil man gerade Adrenalin hat, dann wird das ausgesprochen und jeder weiß an Bord, dass das nicht so persönlich zu nehmen ist, dass es gerade an Bord ist, wir wollen das Ziel haben und jeder weiß auch, wie jeder zu nehmen ist und wie jeder ist in diesem Moment und da muss man sich einfach kennen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nachtragend ist, man das irgendwie persönlich nimmt oder sagt, das mache ich hier gar nichts mehr, der hat mich angepumpt von hinten, was soll denn das? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt aber nicht, dass wir uns die ganze Zeit anschreien und das jetzt nicht gegenseitig übel nehmen, sondern jeder behandelt einen einfach mit einem gewissen Respekt. Genau. Und also dieses, klar wird bei uns auch mal gekreischt oder geschrien, aber dann geht die eine zu anderen auch gleich hin und sagt, ey, sorry, war. Oder die andere sagt direkt, reiß ich mal zusammen. Genau. Und dann merkt die Nächste das auch ganz klar so, ah, Mist, jetzt habe ich gerade ein bisschen, war ich ein bisschen drüber, geht zur Nächsten hin, entschuldigt sich. Also das ist halt, ja. Das wäre meine Frage gewesen. Sie haben schon wieder alles beantwortet. Also kommt es auch vor, dass ihr euch mal einen Ton vergreift und was passiert dann? Das kommt vor, ja. Das ist alles beantwortet. Klar. Das ist menschlich. Also ich glaube auch ganz ehrlich, wenn das nicht passieren würde, also ich meine, dann würden wir auch irgendwas falsch machen. Also dann, oder wären die Reggatten extrem unspannend, glaube ich. Dann würde man das, glaube ich, nicht so ernst nehmen. Also bei einem gewissen Ehrgeiz und den haben wir wirklich definitiv, also da ist das ganz klar. Also da hast du den Fokus und also da kommt die Nettlichkeit dann doch ein bisschen weiter hinten erstmal an. Ohne, ohne, ohne. Also da schreit sie sich schon mal an. Dann hast du jemanden. Ja, oder wie Kärz. Ich bin sehr schnell in Rage, weil ich halt immer sehr, sehr viel unter Strom stehe, wenn ich, also ich probiere mal überall gleichzeitig zu sein und alles mitzudenken und ich bin eine, die sich sehr, sehr schnell in Rage wehren kann und das wissen aber alle, dass sie mich sofort ruhig kriegen, wenn sie mich mal kurz anbrühen und das kann Kürze auch ganz schön sein. Echt? Ja. Schnauze, Kerstin. Ja, schnauze, Kerstin. Und dann, warte mal, stimmt, jetzt habe ich wieder ein bisschen zufrieden. Warte mal. Okay. Und dann bin ich wieder ruhig. Ja. Und das geht relativ fix. Ja. Und das sage ich auch jedem, der neu an Bord ist, irgendwie eine Cutter oder sowas. Genau, und Cutter muss ja auch genau das machen, was ich sage, wenn ich sage, trimme irgendwie und ein Cutter trimpt denn da, dass sie mich auch so ruhig stellen kann, wenn ich irgendwie gerade auch unfair werde. Also wenn ich laufen gehe, dann habe ich ja nicht immer ich trimme oder trimme oder trimme, dann bin ich auch schnell an. Ja, weil Kerstin ist nicht nur unsere Taktikerin, sondern auch unsere Spieltrimmerin. Wir haben den Taktikerjob ein bisschen gesplittet. Also wir haben halt eine, die Downwind-Taktik macht und Kerstin macht Abwind-Taktik, weil sie genau eben auch noch unseren Spieltrimmt und da ist es das, was ich gerade sagen wollte. Also wenn Cutter zum Beispiel, wenn für Kerstin den Spiel grinden muss oder kurbeln muss, dann ist auch mein, weil du bist da unten in Lee und hast 20.000 andere Stimmen um dich rum und dann stehst du da oben trimme und hörst du mal den Taktik und dann dreist mich. Also dann wird schon mal so los und gehören. Wird halt schon gespielt. Also das aber eben, ja Gott, ich meine, wie gesagt, wenn du den Ehrgeiz nicht hast und das jetzt nicht schnell passieren soll, dann, wenn du dann so lange wartest, bis da mal was passiert ist. Dann sage ich liebe Cutter, könntest du mal bitte kurz kurbeln, nicht schneller. Also das funktioniert ja nicht, dann ist ja der Spiel schon längst eingefallen und da ist es gern. Ja, genau. Aber das hat ja, also es hat ja nie mit der Persönlichkeit zu tun, sondern wir konzentrieren uns ja alle darauf, dass das Schiff optimal fährt. Dass es den Very Good World Speed da ist und dann hat das ja mit der Sache zu tun und dann, das optimiert man und nicht irgendwie, man geht ja nicht persönlich aneinander ran. Doch, wir versuchen auch die Stimmung zu optimieren. Ja, ja. Finde ich schon. Aber es geht ja immer darum, das Beste aus dem Boot rauszuholen. Und das geht, wenn das Team richtig gut zusammenarbeitet hat. Ja, also es gibt definitiv andere Beispiele und da kenne ich auch gute, ja, also viele Geschichten von anderen Teams, also wo es dann richtig zur Sache geht und das interessanterweise speziell wieder Männerteams. Gut, nun ist es nun mal so, dass überwiegend Männerteams um uns rum sind. Das ist einfach so. Und das da wirklich, ja, gerade in diesen Crews, wo dann vielleicht auch mal so ein eingekaufter Taktiker, Trimmer dabei ist, ein Profi sozusagen, die verstehen ihm überhaupt gar keinen Spaß. Und dann, ich kenne jetzt auch ein Team, da geht es auch teilweise richtig unter die Gürtellinie, dass du da richtig zur Sorge gemacht wirst, wenn du da irgendwas nicht schnell genug machst oder wo ich denke, ganz ähnlich, da würde ich nach dem Segeltag durch das Boot verlassen und sage, weißt du was, tschüss. Das würde ich mir in meiner Freizeit nicht antun. Und so sehen wir das ja auch alle miteinander. Aber das ist eben der Punkt, du sagst ja, wenn dann der Taktiker eingekauft ist, der macht das dann ja auch nicht mehr aus Freizeit. Für den ist das ja dann wieder eine Referenz. Genau, das ist eben dann dieses Problem, was die Teams haben, frisst oder stirbst. Entweder du erträgst es dann als Nicht-Profi, da mit zu segeln und dir regelmäßig da einen Watschen abzuholen. Oder ja, das ist eben die Frage, was ist einem dann wichtiger. Also nur hauptsächlich erklärt. Segeln ist auch toll. Aber das beobachtet man ja bei anderen Teams eben auch. Also gut, die treffen sich zum Segeln und das war's. Also ich meine, wir treffen uns ja lauernd. Also mittags, abends, am Wochenende, im Winter. Also es hat bei uns mit dem Segeln an sich ja auch gar nicht mal was zu tun. Also wir segeln nicht nur, weil wir segeln, sondern weil wir einfach befreundet sind. Und viele andere Teams haben diesen Zusammenhalt in der Masse eben schon auch gar nicht. Vielleicht ein, zwei, die da mal ein bisschen was machen. Aber bei uns ist ja wirklich übergreifend, also dass wir 360 Tage im Jahr so verkettet sind, was natürlich auch ein Vorteil ist. Aber es gibt natürlich auch die Frage, warum man sich niedermachen lassen muss, nur weil man Profi ist oder weil jemand anders Profi ist. Ja, weil jemand, das ist eben, Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Das muss ja was zu haben. Es gibt ja Teams, die bewusst auch Hierarchien in ihren Codes einführen. Und da entsteht sowas natürlich ganz schnell. Da ist dann der Eigner, da ist dann der Profi, der was zu sagen hat. Der Eigner ist natürlich, das ist klar, der weiß schon, wie das läuft und alle anderen müssen dann parieren. Wie wir Arbeitsgruppen. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann natürlich dann auch schnell so ein Mechanismus einsetzt. Da ist dann dieser Profi, der sagt mir jetzt, was ich zu tun habe, da mache ich, was der sagt. Das ist der Profi, das ist hier der, zu dem ich aufgucke. Ja, ist wirklich so. Das ist ja so, er ist ja dafür eingekauft, um am Ende quasi der Boss zu sein. Er soll ja, es ist sein Job, das Boot schnell zu machen und der Rest ist sein Werkzeug, um das zu erreichen. Und dadurch entsteht natürlich automatisch so eine Hierarchie, die eigentlich in einem richtigen Team ja wiederum nicht vorhanden sein sollte. Plus, plus. Es entwickelt ja eher so ein Angestelltenverhältnis sozusagen. Das wollte ich gerade sagen. Plus, dass natürlich bei demjenigen, der dann da niedergemacht wird, auch noch so ein bisschen mitspielt. Ich bin hier auf einem Schiff, auf dem Profitakt, der da angestellt ist. Das ist ein Posten, den will ich nicht aufgeben. Ja. Da will ich nicht sagen, dann mucke ich jetzt auf, sondern ich will ja irgendwie hier auf so einem geilen Schiff sein. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, weil man lernt ja dann auch, von so einem Profisegler lernt man natürlich auch viel und das ist dann schon eine ganz schöne Ehre, bei sowas vielleicht so viel wie möglich mitzunehmen und dann steckt man sich wahrscheinlich auch mal ein, zwei Sachen ein. Aber trotzdem kann so ein bisschen rosa Glitzer dann zwischendurch meine Schar. Das würden die jetzt nicht verstehen. Ja, aber ich weiß ja auch schon. Die verstehen das vielleicht nicht, aber es ist halt so. Insgeheim würden sie es auch wollen. Würde helfen. Ja. Nagellack an Bord. Ja. Das stimmt. Guten Mädels. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja. Gerne. Sehr gerne. Also dieses Projekt, das ja erst wirklich ganz in Gedanken eigentlich am Anfang ist, das hat heute wieder mehr Formen angenommen für mich. Das sind ja total spannende Geschichten, die man hier zu hören kriegt. Wir haben viele davon. Weil wir gut sind, deine Geschichten anziehen. Einfach ein Buch über uns schreiben. Ja. Das machen wir ja gerade. Das war eigentlich nur über euch. Ja, ja. Das war besser so. Ja, das war das Segelradio für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an die Mädels von der Tutima dafür, dass sie uns da auf der letzten Hanseboot im Herbst die Gelegenheit gegeben haben, ein bisschen hineinzuschnuppern, wie denn so das Regatta-Leben bei denen an Bord stattfindet. Und vielleicht hat es ja auch dem ein oder anderen oder der ein oder anderen ein bisschen einen Einblick gegeben, wie man denn so ein Regatta-Crew ein bisschen verbessern kann, wenn man denn selbst damit unterwegs ist. Ich bedanke mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei Birgit Carstensen und bei Richard Jeske dafür, dass ich hier die Möglichkeit hatte, einfach mal mein Mikrofon auf den Tisch zu stellen. Denn viel mehr als nur einfach auf den Tisch stellen ging, leider nicht bei sieben Leuten im Raum. Insofern möge man verzeihen, dass da in der Aufnahme die eine oder andere Störung mit drin ist. Klackende Stühle, knisterndes Papier, Kugelschreiber, you name it. Wer genau hingehört hat, hat es alles gefunden, inklusive einem kräftigen Regenschauer, der da über die Hamburger Messe nochmal kurz hinweggezogen ist und aufs Dach getrommelt hat. Und apropos Messe, vielen Dank auch nochmal an die Hamburger Messe, die da uns den Raum unkompliziert mal eben schnell zur Verfügung gestellt hat, damit wir dieses Interview machen konnten. Beim Segelradio geht es dann auch in Kürze weiter und zwar liegt hier schon die nächste Folge parat. Und ich kann auch schon mal verraten, es geht dann ein bisschen auch mal wieder ins Richtung Mittelmeer. Wir kommen weg von den Regatten, wir kommen weg von den knallharten Themen. So ein kleines bisschen mehr als einfach nur Reise ist da aber auch dabei. Denn in der nächsten Interview geht es ein bisschen ums Schreiben. Und zwar ums Schreiben vom Segeln und wie man denn auf einer Segelreise Inspirationen und Gedanken findet, die aufzuschreiben wert sind und wie man daraus im Endeffekt auch noch ein Buch macht. Und das wird mir erzählen, oder das hat mir besser gesagt schon erzählt Thomas Kiesbohrer, der vom Verlag Millimare da mir in Hamburg Rede und Antwort gestanden hat. Und insofern ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die nächste Folge und alles Weitere auf www.segelradio.de. Von mir bleibt nur zu sagen Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.